Hi, mein Name ist Loh, willkommen bei sich.tv und ihr seht 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Offline. High Heels oder Sneakers? High Heels. Dein Lieblingsessen? Sauerbraten mit Rotkohlengröße. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Mein Fetisch. Morgens im Bad brauche ich? Nicht lange, Viertelstunde. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Schwierige Frage. Kann ich so nicht beantworten. Es ist beides lebensnotwendig. Facebook oder Instagram? Instagram. Lieber für immer taub oder stumm? Stumm. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? RTL. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Absolut durchgeknallt. Bist du eher Tag- oder Nachtmensch? Nachtmensch. Welchen Trink bestellst du dir, wenn du feiern bist? Kaffee. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Was? Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Ähm... Die Gedanken von Sterbenden. Mit wem würdest du dich niemals betrinken wollen? Mit meiner Mutter. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Äh, Wasser. Wie meldest du dich am Telefon? Hallo, ich bin's. Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Äh, wo. Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Die ist nochmal für diesen Moment. Gettetley am guide, W extraordinary. Oh, ne? Ja. D resumms. Du hast dich, deine Allah, mm. uit du tw part Never. Das ist gelap. Und der ist du zum stress mit tem refine. Und dasiempo Pan probieren. Ent favalte dish.